Diese drei Fehler in der Positionierung kosten dich als Coach jeden Monat tausende Euro. Ich werde dir in diesem Video erklären, wie du dich in sechs Schritten perfekt positionierst. Und du wirst danach nie wieder das Gefühl haben, dass du nicht fertig bist mit der Positionierung, dass du struggelst, dass du irgendwie denkst, irgendetwas ist nicht vollständig. In diesem Video erkläre ich dir alle sechs Schritte. Ich sage herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René Joppe und mir gehört die Agentur Autima. Wir arbeiten für viele der bekanntesten und erfolgreichsten Coaches, Trainer und Speaker, die Deutschland und Österreich und Schweiz so zu bieten hat. Und in diesem Video werde ich dir erklären, wie du dich als Coach wirklich perfekt positionierst. Und ich sage das deswegen, weil mir fehlt in der aktuellen Literatur, in dem, was alle im Markt so sagen, fehlen mir einfach essentielle Dinge, die ich merke, dass immer wieder Coaches und Trainer zu uns kommen und an diesem Punkt struggeln. Und eigentlich ist es so einfach. Das Entscheidende ist, dass du die drei größten Fehler nicht machst und dann die sechs Schritte befolgst in der richtigen Reihenfolge und dann bist du für immer fertig mit deiner Positionierung. Starten wir durch mit den drei Fehlern, die wirklich so ziemlich alle Coaches immer machen. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir in den Schmerz zu gehen. Wenn du an irgendeinem Punkt, werde ich dich triggern. Und das ist vielleicht auch die Aufgabe von genau diesem Video. Ich werde dich triggern und du wirst dich irgendwo ertappt fühlen. Und bevor du dann irgendwie Abwehrhaltung generierst, als Coach weißt du es besser, möglicherweise ist das genau der Moment, wo du ins Wachstum kommst. Also lass es auf dich wirken, lass es sacken und nimm es an. Denn Fehler Nummer eins hat damit zu tun, was du schon alles gelernt hast. Ich habe eine Vermutung. Du bist schon lange am Markt. Du hast irgendetwas studiert. Du hast x-Coaching-Ausbildungen gemacht. Du hast eine Ausbildung gemacht für eine Persönlichkeitsanalyse, fürs Insights-Disk-Modell, für irgendeine Art von Persönlichkeitsmodell. Du hast vielleicht darüber hinaus noch sowas gelernt wie Hypnose oder andere Themen, womit du noch besser, noch tiefer kommst. Vielleicht hast du auch spirituelle Ansätze zusätzlich mit dazu gepackt. Und aus all diesen Methoden hast du eine Methode entwickelt, die der absolute Brecher ist. Und genau das ist ein Riesenproblem. Wenn du dich nämlich versuchst zu positionieren, dann rückst du diese Methode in den Vordergrund. Und mit einer Methode kannst du dich nicht positionieren. Menschen brauchen keine Methoden. Menschen wollen Ergebnisse. Und wie das genau funktioniert, erkläre ich dir später. Das Problem ist, dass du wahrscheinlich versuchst, irgendwie so einen Schirm, um deine ganzen Ausbildungen, um deine ganze Historie zu spannen. Du hättest gerne alles unter einem Schirm und dann muss es auch noch irgendwie cool positioniert sein. Und das funktioniert nicht. Jeder, der es dir erzählt hat, ist einfach Quatsch. Das ist nicht der Weg, wie eine Positionierung funktioniert. Fehler Nummer zwei. Du denkst an das, was du schon verkauft hast. Und wahrscheinlich hast du schon über Jahre oder Jahrzehnte viele Kunden betreut aus unterschiedlichsten Bereichen. Vor der C-Level-Führungskraft eines namhaften Konzerns. Über die alleinerziehende Mutter, die mit dir einer Woche auf Bali war, um ihre Probleme zu lösen. Vielleicht hast du die Schüler von reichen Eltern bedient und denen geholfen, bessere Ergebnisse zu kriegen. Mehr Selbstbewusstsein. Du hast Selbstständigen geholfen. Du hast Künstlern geholfen. Du hast vielleicht einen Anwalt bedient. Das ist vielleicht dein Schwager gewesen. Und so hast du ein Sammelsorium an zufriedenen, begeisterten Kunden. Und auch hier gilt das Gleiche. Darüber einen Schirm zu spannen, ist schlicht unmöglich. Ja, du hast viele, und ich sage das jetzt ganz gemein, viele Zufallstreffer gelandet. Viele Zufallstreffer, weil du den Menschen geholfen hast, bist individuell auf sie eingegangen. Und du hast ihnen geholfen, weil du das Handwerkszeug dafür hast. Und ja, du kannst höchstwahrscheinlich so ziemlich jedem Menschen auf dem Planeten helfen. Aber jeder Mensch auf dem Planet ist nicht targetierbar. Und es ist auch keine Positionierung. Also verabschiede dich von dem, was du schon verkauft hast. Lass für einen Moment die Historie zurück. Fehler Nummer drei. Der nächste Fehler, der deine Positionierung einfach verhindert, ist die Art und Weise, wie du bisher Marketing und Vertrieb machst. Denn meistens ist es so, dass du diese Methode entwickelt hast aus anderen Methoden, aus deiner Historie, aus deinem Pain heraus. Eigentlich eine coole Story, aber du hast ein Problem selber gehabt. Du hast es gelöst und jetzt hast du eine Methode, einen Mechanismus, eine Art und Weise, wie du es machst. Und genau das ist das Problem. Dann hast du überlegt, als du diese Methode hattest, wem hilfst du denn damit? Und dann hast du x Zielgruppen gefunden. Und dann hast du überlegt, okay, was können denn diese x Zielgruppen dafür bezahlen? Und dann hast du vielleicht unterschiedliche Preise noch, weil die Führungskräfte aus einem Konzern, die zahlen mehr, die Selbstständigen ein bisschen weniger, die Privaten ganz wenig. Vielleicht hast du auch Garten und so weiter und so fort. Du machst es damit komplex und dann versuchst du irgendwie Traffic zu generieren. Indem du Social Media Posts machst, Blogartikel schreibst, Videos machst, bei TikTok bist und, und, und. Und komischerweise funktioniert nichts davon so richtig. Du kaufst einen neuen Kurs und denkst wieder, jetzt muss ich bei Social, jetzt muss ich LinkedIn machen und muss dort die Leute direkt anschreiben. Dann hast du den nächsten Kurs und sagst, okay, jetzt muss ich Meta-Ads schalten. Dann hast du den nächsten Kurs und sagst, okay, ich mache eine ganz neue Strategie. Und nichts funktioniert so richtig. Keine Strategie scheint dir Kunden zu bringen und alle drumherum erzählen, wie großartig die ganzen Strategien funktionieren. Aber sind wir mal ehrlich, die meisten lügen. Wie schaffen wir es also, dich jetzt richtig perfekt zu positionieren? Du musst dafür diese folgenden sechs Schritte durchlaufen. Und du musst die sechs Schritte in genau dieser Reihenfolge durchlaufen. Man darf nichts auslassen. Schritt Nummer eins. Bestimme die perfekte Zielgruppe. Ich sage hier auch bewusst, bestimme, nicht finde, nicht sie findet dich. Du bestimmst die perfekte Zielgruppe. Ein Indiz dafür, wer die perfekte Zielgruppe ist, ist, wenn du innerlich mal darüber nachdenkst und stell dir vor, du dürftest nur noch für eine Art von Kunden arbeiten. Die, die dir sofort übrig bleibt im Kopf, könnte ein gutes Indiz sein für die richtige Zielgruppe. Und diese Zielgruppe, die bestimmst du unabhängig von deiner Historie. Hier ist nicht wichtig, was du kannst. Hier ist nicht wichtig, für wen du schon gearbeitet hast. Das spielt hier keine Rolle. Wer wäre deine Lieblingszielgruppe? Und es ist natürlich nicht irgendeine Gruppe, sondern eine Gruppe, die idealerweise eine große Gruppe ist. Es sollten viele Menschen sein, die du bedienen kannst. Es sollte ein Wachstumsmarkt sein, den du bedienst. Die Gruppe muss potent sein. Sie muss das Geld haben, dich im Hochpreissegment auch bezahlen zu können. Diese Gruppe hat ein dringendes und sehr schmerzhaftes Problem. Und sie ist targetierbar. Targetierbar ist ein wichtiges Stichwort, wenn du eine Gruppe hast, die du gerne bedienen würdest. Zum Beispiel Ärzte, die zwei Niederlassungen haben und darauf Immobilien im Ausland. Und die jetzt mit ihrem Team in Konfliktmanagement, keine Ahnung, whatever sind. Diese Ärzte kriegst du nicht targetiert. Es gibt kein Branchenverzeichnis, wo drinsteht, wer hat zwei Niederlassungen und wer hat Immobilien im Ausland. Das gibt es nicht. Es gibt auch keine Messen, wo die hingehen und du kannst das bei Social Media nicht targetieren. Das ist keine Zielgruppe. Eine Zielgruppe muss so sein, dass du sie targetieren kannst. Dass du also sagen kannst, ich finde sie in Social Media, in bestimmten Gruppen, in Foren. Ich kann Werbung darauf schalten. Es gibt Messen, wo die sich tummeln. Es gibt Seiten, die alle besuchen. Dann ist deine Gruppe targetierbar. Such dir also aus, für wen du arbeiten möchtest, unabhängig von der Historie. Lass die Historie komplett los. Schritt Nummer zwei. Ermittle, welche Transformation, welche Veränderung im Leben will diese Zielgruppe haben. Und es gibt zwei Arten von Veränderung, die wir brauchen. Es gibt die weg von Veränderung, weil mir etwas gar nicht gefällt und ich will es nie wieder erleben. Und es gibt ein Hinzu. Es gibt etwas, das fehlt mir in meinem Leben und ich will es unbedingt haben. Und hier geht es nicht um eine Veränderung, wie ich will zwei Kilo abnehmen oder ich will vier Prozent mehr Umsatz machen. Das sind keine Transformationen. Eine Transformation heißt in 90 Tagen deinen Traumkörper. Eine Transformation heißt, mache dein Business zum Beispiel sechs- oder siebenstellig im Monat. Das ist eine Transformation. Alles andere ist keine Transformation. Wir brauchen echte Ergebnisse. Echte Dinge, die Menschen nicht mehr wollen. Echte Dinge, die Menschen wirklich wollen. Nie wieder Lampenfieber. Es gibt tausende Dinge, wie Menschen eine Transformation haben wollen. Der entscheidende Punkt ist, dass du weißt, welches brennende Problem, welches tiefe Bedürfnis, welches unstillbare Verlangen hat deine Zielgruppe und bekommt es aktuell nicht oder nur sehr schlecht gelöst. Das ist die Transformation. Die Transformation ist auch nicht, ich möchte etwas besser werden in Aktien. Die Transformation ist nicht, ich möchte ein bisschen mehr auf dem Golfplatz erreichen. Das sind keine Transformationen. Die Transformation heißt, ich möchte der nächste Aktienmillionär werden. Das ist eine Transformation. Mache also eine Transformation und schaue, was hat die Zielgruppe wirklich für ein Problem. Und das kannst du ermitteln. Und zwar, indem du mit der Zielgruppe sprichst. Unabhängig von dem, was du anbietest. Unabhängig von deiner Historie. Du sprichst mit der Zielgruppe und machst ein Interview. Du kannst dir Podcasts anhören, die deine Zielgruppe hört. Denn in Podcasts werden meistens genau diese Probleme targetiert. Du kannst dir Artikel durchlesen. Du kannst bei Social Media in Gruppen eintreten, wo diese Zielgruppe ist. Und geh dort rein, nicht um Akquise zu machen. Geh dort rein, um zuzuhören. Höre zu, was die Zielgruppe wirklich haben möchte. Schritt Nummer 3. Ermittle den Preis, den die Zielgruppe bereit ist, um diese Transformation zu erleben. Dieser Preis wird, weil die Transformation sehr groß ist, wahrscheinlich sehr hoch sein. Und genau das brauchen wir. Du ermittelst jetzt einen Preis, den die Zielgruppe bereit wäre zu bezahlen, wenn wir sicherstellen können, dass diese Transformation passiert. Schritt Nummer 4. Du legst jetzt fest, welche Mechanismen, welche Methode erforderlich ist, um diese Transformation deiner Kunden zu meistern. Nicht die vier Transformationen deiner Kunden. Nicht die eine Transformation und drei andere Dinge, die ihn stören. Die eine Transformation, die du löst. Und du legst jetzt fest, welche Mechanismen und Methoden sind dafür nötig. Und ganz wichtig, es ist egal, ob du die bereits beherrscht oder nicht beherrscht. Du ermittelst, was wäre für den Kunden der beste Weg zu dieser Transformation. Und wenn du jetzt merkst, Mensch, den kann ich gar nicht liefern, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du suchst eine andere Zielgruppe und fängst von vorn an. Oder du lernst, was nötig ist. So einfach ist es. Und das hat nichts mit dem zu tun, was du bisher gemacht hast. Wenn du Dinge nicht kannst, dann lerne sie. Du hast schon viele Ausbildungen gelernt. Du hast schon viele Prozesse gelernt. Dann lernst du das auch noch. Und wenn du es nicht lernen willst, auch in Ordnung, dann bediene eine andere Zielgruppe mit einer anderen Transformation. Aber fang nicht an, das, was du kannst, auf die Transformation niederzubrechen. Fang also nicht an, zu sagen, ich kann das, also könnte die Transformation so hoch sein. Sondern sage, das ist das, was der Kunde möchte. Der Kunde will immer zum Himalaya. Der Kunde will immer nach ganz oben. Dann kann es nicht sein, dass du sagst, naja, meine Mechanismen reichen nur bis hier. Dann sorge dafür, dass du die Mechanismen lernst, um ganz nach oben zu kommen. Und ganz wichtig, die Transformation muss auch nicht jede deiner Kompetenzen einschließen. Ich kann auch ganz viele Dinge, die in meinem Business keine Rolle spielen. Nützt mir auch nichts. Ist halt so. Ich habe in meinem Leben viele Dinge gelernt. Ich habe ein Studium gehabt. Ich habe Zertifizierung gemacht. Und einen Bruchteil davon brauche ich heute. Würde ich versuchen, diese ganzen Kompetenzen einzubringen, würde ich mich schlichtweg verzetteln. Und würde am Ende das Gefühl haben, ich bin nicht richtig positioniert. Also lass los. Lass einfach los, was in deiner Historie war. Wir haben jetzt die Zielgruppe. Wir wissen, was die Zielgruppe haben möchte. Wir kennen den Preis, den sie bereit ist zu bezahlen. Und jetzt kennen wir auch die Mechanismen. Schritt Nummer 5. Du machst jetzt ein Angebot. Du erstellst, du erfindest ein Angebot, das du nicht verkaufen musst. Ein Angebot, das so attraktiv ist, dass ich mich dumm fühle, wenn ich es ablehne. So ein Angebot, dann brauchst du nie wieder verkaufen. Marketing wird einfacher. Du wirst über Social Media sofort Kunden generieren. Und bei Veranstaltungen wirst du ein Zentrum sein, um das sich die Leute schauen, weil alle mit dir reden wollen. Du brauchst ein Angebot, das du nicht verkaufen musst. Und dieser Part hier ist vermutlich der anstrengendste von allen. Und dieser Part hier ist auch nicht in drei Minuten erledigt. Es geht immer wieder darum zu überlegen, was kannst du machen, damit dein Angebot attraktiver wird. Du solltest dir in Zukunft regelmäßig Zeit nehmen, um immer wieder über dein Angebot nachzudenken und zu überlegen, welche Probleme haben meine Kunden, die ich noch nicht löse. Wie kann ich die Probleme besser lösen, schneller lösen, einfacher lösen, günstiger lösen. Die meisten Unternehmen, die meisten Coaches vor allem, machen super unattraktive Angebote. Also das Schlimmste als Coach ist noch eine Stundenabrechnung. Dann bist du komplett lost. Stundenabrechnung oder du lässt dich berechnen in Sessions. Oh mein Gott, das ist wirklich das Schlimmste, was du machen kannst. Sorg dafür, dass du niemals über nennenswertes Level kommst. Wenn du ein Angebot machen möchtest, das wirklich reinhaut, das wirklich die Leute umhaut, dann brauchst du eine Formel dafür. Und diese Formel besteht aus diesen vier Faktoren. Wir haben die Erfolgswahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand mit deinem Angebot einen Erfolg hat? Mal den wahrgenommenen Wert. Der wahrgenommene Wert ist nicht der Wert. Es ist der wahrgenommene Wert. Der weicht immer ab von dem, was der Wert eigentlich ist. Dann, was ist der Aufwand für deinen Kunden? Das versuchen wir zu senken. Und die Dauer bis zum Ergebnis? Das versuchen wir auch zu senken. All das steht in einer engen Beziehung. Wenn du einen Faktor hier veränderst, hast du ein anderes Ergebnis. Wenn du zwei Faktoren veränderst, hast du nicht das Doppelte, sondern ein Ergebnis, was zum Quadrat geht. Das heißt, hier an zwei, drei oder vielleicht sogar vier Faktoren zu arbeiten, wird dein Vertrieb komplett auf den Kopf stellen. Das Ganze in Beispielen. Wir wollen mal den Wert, die Erfolgswahrscheinlichkeit, die Erfolgswahrscheinlichkeit für deine Kunden steigern. Wie steigern wir die Erfolgswahrscheinlichkeit? Hier ist schon mal die erste Frage. Was bietest du deinem Kunden an? In welchem Kontext? Die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt natürlich, wenn du jetzt sagst, du möchtest deine Kunden auch die Probleme vor deiner Leistung und nach deiner Leistung, denen die Probleme irgendwie abnehmen. Vielleicht kannst du ihnen irgendetwas mitgeben, was es einfacher macht. Vielleicht hast du bereits Bewertungen, Fallstudien, die dem Kunden ein gutes Gefühl geben. Du kannst Garantien aussprechen. Eine Garantie ist nichts Schlechtes. Eine Garantie ist eine Risikoteilung und sorgt dafür, dass jemand das toll findet, was du machst, weil du etwas garantierst. Nicht umsonst hat Kia zum Beispiel als Automobilhersteller den Weg in den deutschen Markt gefunden. Sie haben die 100.000 Kilometer Garantie oder sieben Jahre lang die Mobilitätsgarantie ausgesprochen. Sie haben Menschen versprochen, dass ihr Auto sieben Jahre lang fahren wird, ohne Wenn und Aber. Und das hat so viel Vertrauen, so viel Trust gebracht, dass Kia mittlerweile eine etablierte Marke im deutschsprachigen Raum geworden ist und weltweit eine der Top-Marken im Verkauf. Den wahrgenommenen Wert. Der wahrgenommene Wert hat nichts mit dem Wert zu tun. Nimm beispielsweise mal ein Auto. Ein Auto besteht aus Blech, aus Kabeln, aus Glas, aus Stoff, aus unterschiedlichsten Materialien. Und der Rohwert von einem Fahrzeug hat nichts mit dem eigentlichen Wert zu tun. Jetzt können wir hier ein ganz günstiges Fahrzeug nehmen, ein Dacia, und dann ist der Wert nah an dem wahrgenommenen Wert dran, weil es hebt deinen Status nicht. Es ist kein Auto, womit du gesehen werden willst. Es ist halt praktisch und tut, was es soll. Deswegen nimmt Dacia niedrige Preise, weil es ist halt genau der Wert, den ich wahrnehme. Ferrari hingegen baut auch nur mit Metall, mit Leder, mit Kabeln, mit Glas, mit den gleichen Werkmaterialien. Vielleicht mit ein bisschen anderen, aber das rechtfertigt keine 200.000% Aufschlag. Das heißt, wenn wir jetzt hier davon ausgehen, was ist ein Ferrari tatsächlich wert, dann haben wir auf einmal einen Riesenaufschlag. Der kommt dadurch zustande, dass Ferrari deinen Status erhöht. Dass du als Mensch dir besser vorkommst und in der Gesellschaft einen anderen Status hast, wenn du mit einem Ferrari vorfährst, als wenn du mit einem Dacia vorfährst. Und wenn es diesen Ferrari jetzt nicht von der Stange gibt, sondern es gibt ihn nur zehnmal auf der Welt, wird er noch teurer. Nur weil es ihn seltener gibt. Der wahrgenommene Wert hat nichts mit dem tatsächlichen Wert zu tun. Auch hier kannst du es einfach erhöhen, indem du deinen Wert erhöhst durch zum Beispiel weitere Bonis, die du dem Kunden gibst. Durch Lösungen für Probleme vor und nach deiner Leistung. Der nächste Punkt. Senke den Aufwand, den deine Kunden haben. Also kannst dich immer fragen, was kannst du noch übernehmen, was dein Kunde nicht machen muss? Was könnte man weglassen, ohne dass es stört? Wie kannst du die Zeiten reduzieren, zum Beispiel deine Sessions, deine Meetings, deine Termine kürzer machen, ohne dass es stört? Wie kannst du dein Content verdichten? Online-Kurse, die 800 Module haben, wird sich niemals jemand anschauen. Wie schaffst du es also, deinen Online-Kurs weiter zu verdichten, sodass du weniger Wiederholungen drin hast und Menschen einfach Bock haben, alles anzuschauen? Und wie schnell generierst du das erste nennenswerte Ergebnis für deinen Kunden? Kannst du idealerweise irgendwo Pareto nutzen, um nach 80-20-Regeln mit minimalem Impact sofort ein Ergebnis zu generieren? Kannst du irgendwie Vorlagen nutzen, irgendwelche Templates, kannst du KI nutzen, um einfach schnell und sicher herausragende Ergebnisse zu generieren? Das alles ist Schritt Nummer 5. Wenn du nun also eine Zielgruppe hast, die eine Transformation möchte und du hast ein Angebot, was diese Transformation perfekt bedient und jetzt passt ja auch der Mechanismus dazu, dann ist der letzte Part ziemlich einfach. Werde sichtbar mit dem Angebot, verkaufe es, liefere die Transformation, hol dir Testimonials von begeisterten Kunden und beginne von vorn. Hör auf zu hinterfragen, hör auf an jeden Tag neu zu zweifeln, ob die Positionierung gut ist oder nicht gut ist. Du kannst erstmal 100 Kunden mit dieser Positionierung bedienen und dann kannst du anfangen fein zu schleifen. Der Feinschliff passiert nicht nach dem ersten Kunden. Der Feinschliff passiert nicht, wenn du die ersten 5 Interessentengespräche hattest. Das ist keine Schlagzahl. Eine Schlagzahl ist dann, wenn du die ersten 100 oder 1000 Gespräche hattest und dann merkst, irgendwas klappt nicht. Eine Schlagzahl ist dann, wenn du die ersten 100 Coaching-Kunden durch hast und währenddessen immer kleine Veränderungen gemacht hast. Und dann darfst du gerne hinterfragen, habe ich überall geniale Ergebnisse geliefert, haben alle Kunden eine Transformation bekommen und dann darfst du die Positionierung anpassen. Aber vorher legst du dich fest und du committest dich drauf und dann hören auch die Selbstzweifel auf. Positionierung ist häufig eine Einstellungssache. Und wie du dich richtig positionierst, das hast du in diesem Video erfahren. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Gib mir gerne deine Kommentare und ich nehme auch kritische Kommentare an. Automatisierung Oh 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 Alles geht wie von allein Oh 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 Marketingmagie Oh 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 Mit Automatisierung so fein Du bist du hast dich Und dann verpasst du dich Du bist musst du hast bist Du bist bist Wir Weil Wir du bist Ja